Next time! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Minigames. Leider ohne Regenleben. Da ich hier Minecraft gerade aktuell nicht so wirklich will, nehmt's auch gerade nicht auf mit mir. Ich vermisse dich. Hier, im Spiel. Naja. Einfach so eine Mario Party-Runde. Und vier ist ein guter Start. Mittelmäßig halt. Aber gut, das geht auch so. Apropos. Nicht so. Leider ohne Brille. Heeeeh. Also hier, user, ehm. Yay. Dann wollen wir mal schauen. Und wie ihr seht, ehm. Es käme jetzt mal drin. Nein. Oh, Mist. Fail. Die Reise nach Jerusalem ist sowieso nicht so, äh, wirklich meins. Achso, äh. Ich würde nie wundern, wenn die Cam... ...Blauchstich hatte. Ähm. Also ich sehe es gerade. Ich schaue da gar nicht vorhin. Ähm. Das liegt aber eher an der Cam und, äh, nicht an meinem PC. Oder sowas. Ich, äh, weiß nicht warum meine Cam das macht. Äh. Äh. Lange sie sich nicht automatisch vergrößert oder ihre Auflösung verändert, ist alles paletti. Warte, ich stelle ihn mal nach oben hin. Warte, ich stelle ihn mal nach oben hin. Äh. Und... Ja. Auf geht's. Äh, und weiter geht's. Im nächsten Wurf. Ernsthaft. Das mag mich nicht so sehr wirklich. Ich würfeln lassen oder so. Bäh. Okay. Ich will spielen. Muss das unbedingt ein Lytras-Rennen sein? Das ist ja genau das, was ich haben möchte. Ja gut, äh. Ach. Einen verfehlt. So. Nein. Oh. Ah. Wieso? Ich war doch da. Ah. Ach. Das liebe ich ja so sehr, ein Lytras-Rennen. Oh Gott. Alter. Wieso? Oh. 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 Das ist aber irgendwie Ich wollte schon sagen, leichter geworden, aber Alter, da muss man Echt Wie soll man denn den Ring Da bitte schön erwischen Oh Könnte man nicht irgendwie Egal Die Lüterstelle ist sowieso nicht so wirklich meins Da möchte ich lieber anderen Sagen haben Fünf ist doch mal eine Zahl Womit ich sehr gut leben kann Wenn auch das richtige Spiel dabei ist Und äh Nein Warum Kann ein Game Okay Wieso nur Alter Mitten drin stand nur dabei Oh Mobbing Das Spiel will mich mobben Nein 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 baz Bruce Platz. Wow. Klar, na, 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 jumpin' one. Herzlichen Glückwunsch. Ist ja nicht so, als wäre ich nicht schon genug gestraft. Oder so. Nein, 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 nein. Oh, keine Ahnung. Da, wiederhide ich. Oh, oh. Nein. Oh, 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 oh. Ah, leko mio. Oh. Ich bin noch fast drüben. Yes! Yay! Platz 3. Immerhin. Weg von diesem scheiß Spawnerfeld. Der 6 gefällt mir außerordentlich gut. Der 3 noch viel besser. Oh ne, nicht Replika. Nein! Nicht das! Gauen wir mal was leichtes zum Start. Das wäre schön. Ja gut. Gut. Oh, das war jetzt viel. Gut. Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Ja, genau. Mö, mich. Oh. Man sollte das Menschen auch... Nein. Nein. Metika ist definitiv nicht so meins weiss. Ein bisschen zu schnell ist nach meinem Geschmack. Schau doch. Schau doch. Oh. Das Spiel... Wieso... Wieso hat man das hier am Anfang gemacht? Das wäre doch viel schöner. Aber gut, man kann nicht alles... Nein. Mehr sage ich jetzt immer nicht. Hey. Volksversammlung hier. Schichtert. Hey, jetzt was. Ich muss da mal... Ich muss da mal... Meinerweise habe ich eine sehr gute Trefferquote, aber das ist echt, an der Ecke ist es echt mühsam hier überhaupt, an Punkte anzukommen. Lechter Leck, meinerseits. Ah, Platz 11. Wieso? Oh, nur eine 2. Wieso? Oh, Platz 16. Also wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüssi! 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 Tschüssi!